Am berühmten Rheinknie liegt der Rheingau mit einer Rebfläche von etwa 3200 Hektar. Das Herz dieser Region ist die Stadt Rüdesheim. Einmal im Jahr wird die Uferstraße für Autos gesperrt. Dann können Radler und Skater die Landschaft ungestört genießen. Und die hat einiges zu bieten. Die besten Weinberge liegen in perfekter Südlage, zum Beispiel der Rüdesheimer Rottland. Zwischen den Weinbergen Kultur pur, wie das Niederwalddenkmal bei Rüdesheim, zu Ehren des Deutschen Kaiserreichs oder Schloss Vollraths, das älteste Weingut Deutschlands. Sehenswert auch das Kloster St. Tildegard. Hier bauen wie früher die Nonnen den Wein an. Weltbekannt ist der Johannesberg mit dem gleichnamigen Schloss. In den Kellern lagern Kostbarkeiten, die immer wieder für Höchstpreise sorgen. Manchmal geben die Menschen für alte Weine sehr viel Geld aus. Vor Jahren gab es eine Versteigerung, bei der die älteste Weißweinflasche der Welt, eine 1735er, an einen Kanadier versteigert wurde. Er zahlte dafür 53.000 Mark. Schloss Johannesberg wurde eigentlich durch Zufall so richtig berühmt. 1775 kam der Reiter, der den Winzern die Erlaubnis brachte, mit der Lese anzufangen, zu spät. Die Spätlese war erfunden und mit ihr die anderen edelsüßen Kostbarkeiten. Die Stadt Rüdersheim. Hier befindet sich eine der bekanntesten und meistbesuchtesten Gassen der Welt, die Drosselgasse. Eine Weinbar neben der anderen lädt zum Genießen ein. Übrigens, der Rheingau setzt seit ein paar Jahren auf eine ganz eigene Flaschenform. Die Rheingauer Flöte hat hier einen sehr schönen Facettenschliff. Die Weine, die in dieser Flasche abgefüllt werden dürfen, kommen ausschließlich aus dem Rheingau. Und wir sind stolz, dass wir für unsere Region hier eine Gebietsflasche kreiert haben. Spitzenweine im Rheingau bekommen die Auszeichnung erstes Gewächs verliehen. Wenn Sie die Bezeichnung auf einer Flasche finden, dann wissen Sie, dass Sie etwas ganz Besonderes vor sich im Glas haben. Eine große Auswahl an Rebsorten dürfen Sie im Rheingau nicht erwarten, aber genau das ist auch seine Stärke. Hier dreht sich fast alles um den Riesling und der Rheingauer Riesling ist der beste, sagen die Rheingauer. Der beste Wein kommt aus Deutschland, besonders aus dem Rheingau.